Liebe MINT-Studenten, mein Name ist Nikolas Kober und ich studiere an der Pädagogischen Hochschule Grund- und Hauptschullehramt. Ich schreibe gerade meine wissenschaftliche Hausarbeit zum Thema Innovation und deren Prozesse an der PH. Und jetzt brauche ich eure Hilfe. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin hier eingeschlossen. Meine du schreibst jetzt deine Zula. Das dauert mir. Zulaaaaaa. Aber jetzt gerade mit der Zula, oh Mann, gut, dass Mama noch nicht da ist. Kommen wir zu eurem Part. Wie könnt ihr mir helfen? Machen wir mal Butter bei die Fische. Ich habe einen Fragebogen vorbereitet. Den findet ihr unter diesem Link. Einfach draufklicken. Geht ganz, ganz einfach. Ich will die Meinung der Studierenden einfangen zu meinem Thema. Den Fragebogen auszufüllen, das ist mir unfassbar viel, viel wert. Und ich bin bereit, einiges dafür zu tun. Scherz. Mama hat angerufen. Die ist auf dem Weg hierher. Leute, jetzt seid ihr gefragt. Bitte, bitte, füllt mir den Fragebogen aus. Helft mir für meine Zula. Ich vertrauf euch. Ansonsten, ich muss abtauchen. Scherz. Scherz.